So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Ich denke mal, dass ich jetzt verbrauche Früchte, Pilze oder instabile Sofortgegenstände mache. Und das Ganze, ich weiß nicht, ob ich wirklich beim Stadion landen soll, weil da ist diese Aufgabe, es safe zu machen. Aber ich denke mal, da werden ziemlich viele landen. Wir werden es einmal beim Stadion probieren, damit ihr nochmal seht, wo die instabilen Gegenstände sind. Und danach versuche ich es nochmal an meinem Platz. Weil ich glaube, gestern hatte ich da bestimmt acht Stück liegen. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber es könnte eng werden. Aber wir gucken einfach mal. Aber eigentlich ist es zu schaffen, wenn ich am Sportplatz, also da wo die Sporthalle war, keiner hinfliegt, ist es sicher zu machen. Ich denke mal, die meisten werden es in Gruppenkeile machen und Loot ist da auch nicht wirklich. Aber da sind es halt auch diese Schweberei, aber eigentlich, dazu müsste man eigentlich Blutleck fliegen. Und auch hier nochmal, danke an alle, die abonniert haben. Freut mich wirklich, also jetzt sieben Abonnenten mehr seit gestern. Aber es können gerne noch mehr kommen, also wenn du kein Abo dagelassen hast, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, ich versuche euch immer wieder zu helfen. Vielleicht hast du meine Videos so schon öfters gesehen. In dem Sinne, einfach ein Abo dalassen. Kostet nichts. Von daher ist dir geholfen, mir geholfen. Und die Welt ist gut. Und vielleicht kannst du sogar einen 10 Euro Code gewinnen. Dafür einfach jedes Video gucken. Unten gucken die Zahl. Und wenn du wissen willst, wie man den einlösen kann, dann einfach mal in der Videobeschreibung vorbeigucken. Und da ist ein Video erklärt, wie man den Code einlösen kann und was man dann genau machen muss. Und wie gesagt, es handelt sich immer, also jetzt gerade um 10 Euro Code. 10 Euro Code. So, wir gucken einfach mal, entweder oder. Wenn da einer ist und wir kriegen ihn gekillt und sonst ist da niemand, ist die Aufgabe easy. Ist da allerdings einer? Ich höre mal keinen. Ich glaube, die meisten waren hier vorne. Also ich sehe mal keinen. Ich gehe trotzdem an die Kiste, dass ich wenigstens irgendwie was habe. Ja, mit den Lecks. Ja, selbst hier in meinem niedrigen Bereich. Zack. Zack, haben wir 5. Ich glaube, die gibt es nur Leben, oder? Nee. 6. 7. Das macht keinen Blödsinn. Bitte keiner, der snipet oder sonst irgendein Blödsinn. Und 8. Also ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel Glück haben wie ich. Also es wundert mich gerade selber, dass es so easy funktioniert. Und ihr seht ja, ich bin in der Arena drin. Also ich spiele hier nicht irgendwie, keine Ahnung, Gruppenkeile oder so. Aber ein Gruppenkeile würde ich, glaube ich, das nicht probieren. Weil da sind halt safe alle. Ich würde es halt echt in der Arena probieren, weil hier gibt es halt nichts. Hier gibt es nur die Dinger, zwei Truhen und das war's. Wie man sieht. Seht ihr, ich gehe hier raus mit zwei Pistolen. So. So. Ich frage das jetzt mal, wo gehe ich hier noch hin. Bam, 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 bam. Vielleicht können wir doch mal den 1 oder 2 einen Kill. Kapper. Aber ihr seht ja, hier sind auch noch welche. Aber wie gesagt, wenn ihr so keinen Platz findet, guckt wirklich da. Hier in dem Bereich. Da sind echt die meisten. Also mindestens die blauen Pilze. Und achtet darauf nicht, dass euch das selbe passiert wie mir. Dass ihr euer Blue Life nicht von vorher voll macht. Weil das wäre nämlich dann der Mega-Fail, weil ihr werdet ihn ja nicht mehr los. Auch mit Fallschaden nicht. Weil mit Fallschaden bekommt ihr ja nur ein normales Leben abgezogen. So ist das mir nämlich passiert. Das ist nämlich dann wiederum ärgerlich. Aber ich kann ja eigentlich mal gerade vorbeigehen. Wir haben ja eigentlich genug Zeit. Kann ich auch mein eigenes Leben noch ein bisschen voll machen. Loottechnisch bin ich natürlich top ausgerüstet. Besser kann es überhaupt nicht sein. Dann, ähm... Ich kann ja mal... Warte mal, wieso muss ich noch nehmen? Neun Stück muss ich nehmen, damit ich voll habe. Also, eins. Zwei. Ihr seht hier, hier sind überall welche. Rechts von mir war noch einer. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Also, selbst hier hätten wir nochmal acht Stück gefunden. Zack. Jetzt sind wir schon bei neun. Ah, ich glaube, sonst waren hier keine mehr. Da hinten glaube ich nämlich auch nicht. Nur hier in dem kurzen, dunklen Waldstück. Also, wie gesagt, einfach hier in dem Stück landen. Kriegt ihr die auch safe hin. Da landet doch eigentlich in der Regel keiner. Mal rennen, gehen die alle im Pläsenz. Oh, da können wir schon mal ein bisschen Explosionsschaden machen. Jetzt bräuchte ich... Oh, jetzt denke ich mir, oh, mehr Munition. Ich werde glücklichste Mensch auf der Erde. Mit zwei Schuss können wir natürlich nicht viel machen. Ah, doch, mit Granaten kann ich ja auch schauen, Mann. Oder ne, da steht ja Explosionswaffe. Ja, Waffe. Dings ist ja... Hallo. Munition. Dann habe ich mir lieber das Medi-Kit mit. Vor allem, ich plane hier immer groß, als würde ich hier 100 Stunden lang spielen und die Top 10 oder so. Da war ich gleich, erster Gegner und tot. Aber hier war einer. Ich weiß nicht, irgendwie hat die Spitzhacke was. Ich glaube, ich gehe nochmal... Ach, schaffe ich das zeitlich? Ne, ich glaube nicht. Gehen wir doch zum Pleasant Park. Bis dahin sind noch die letzten 8 gestorben, dass wir wieder unter die Top 25 kommen. Ich sage ja, Arena so an sich ist ja ganz top. Aber wenn ich mir dann angucke... Wo die Leute wirklich ein bisschen höher spielen, das ist ja nur noch ein Editier und hast ja nicht gesehen. Das hat ja auch nichts mehr mit Fortnite an sich zu tun. Da leben dann noch 15 Stück und die Zone ist schon in Endzone und fängt nur noch an sich zu bewegen. Einer weiß auch nicht. Ob das im Sinne des Erfinders ist... Keine Ahnung. Wir sind schon wieder da. Nach hinten rinnt ein Busch. Könnte ich eigentlich versuchen, den Explosionsschaden zu machen. Werden Sie nicht erkannt oder was? Scheint so. Wer snipe nicht direkt? Das ist doch nicht wahr, oder? Aber warum hat die Annäherungsgranate? Sieht die Annäherungsgranate denn nicht wegen dem scheiß Busch oder was? Er probiert es natürlich noch mal. Er weiß auch, dass er so einen dicken Hit gelandet hat. Oh, ich habe keine Munition mehr. Krapa. Ohne Wurfe. Das hat er nicht gemacht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Das kann er nicht wahr sein, ey. Oh, Mann. Also, wie gesagt. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, 20, ja, sagen wir mal fast 20 Pilze gesehen, indem wir einfach nur an dem alten Stadion gelandet sind und dann neben Pleasant Park in der Hütte waren und einmal rum den Berg gegangen sind. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, geben und nehmen. Ich gebe euch die Infos, ich gebe euch die Tipps, ihr gebt mir ein Abo. Wiedergabe Zeit. In dem Sinne würde ich sagen, haut. Aber, ob ich das jemals raffe, hier kann ich nicht raus. In dem Sinne haut.